Willkommen zurück zu unserer Selbsthilfegruppe Minecraft. Mit dem wunderbaren Gaia, mit dem Brewmagic. Und dem guten Tom. Jawohl, guten Tag. Genau, wir haben es mal wieder gefunden. Wir haben gedacht, wir spielen mal wieder ein bisschen. Ein paar Wochen sind es her. Ja, zwei. Und genau, ich will gucken mal, was bauen wir denn. So, Gaia baut sich hinten den Weg noch ein bisschen anders. Ja, wir sind heute noch zu dritt. Ja, und nachher. Noch, ja. Kriegen wir vielleicht nachher noch Besuch. Dann der Blue geht fahren. Und ich habe natürlich wieder keine Gedanken gemacht. Und das ist immer gut. Kannst du die Schmiede weitermachen? Nischt, das ist dein Projekt. Ich werde mal gucken. Das Wasser, ne? Weil ich wieder so stehe, wie das Wasser fließt. Da geht mich wieder eine ab. Auf Höhe 14 bin ich jetzt. Okay, das haben wir. Das haben wir hinten. Dann die Wicke haben wir auch gemacht. Das war auch fertig. Fertig. Ja, und das läuft auch so. Ja, Strip meine ich, oder? Strip meine ich. Strip meine ich, wäre eine gute Idee. Ähm, da ist Franz dabei. Ich weiß eigentlich, was du fahren willst. Alles. Ja, alles ist unterschiedlich. Eisen und Dias. So, dann können wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir das schon gezeigt hatten. Hier hinten hatten wir ja noch so einen schönen Fluss langgelegt. Mit einer Strandbar. Habt ihr überhaupt schon die Strandbar gesehen, die Franzi Baut hat? Die dürfte, glaube ich, auch in meiner Aufnahme zu sehen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil die sieht richtig mega nice aus. Sehr schön. Dann geht es ja hoch. Genau, hier kommt die Schmiede hin. Ich glaube, ich werde mal gucken. Oh, Stefan, ich hatte gestern im CS viel Spaß. Ja? Ja. Ich hatte richtig viel Spaß. Achso, ja. Schöner Cheater bezeichnet. Hätte ich heute gerne auch wieder, wenn wir zuerst zocken. Ja, ich hätte gerne wieder Cash. Ich würde gerne wieder durch dieses Tor schießen. Ja, bitte, ne? Ich habe die ganze Zeit halt immer durch das Tor geschossen. Ja, weil ich weiß noch, wir haben mal gegen Chida gespielt. Der hat da durchgeschossen und hat mich in der Base getroffen. Ja, wir probieren. Und das ist halt richtig nice. So, und zwar... Ich fange jetzt mal auf Höhe 11, ne? Mach das. Zack. Also Diamantenhöhe, ja. Ich glaube, dass es Diamantenhöhe ist. Ah ja. Hab ich keine Shippe? Doch, hab ich. Achso, stimmt. In der letzten hatten wir ja... ...hatten wir ja im Nether-Portal ja den Weg gebaut. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ihr wart aber dann nicht im... Uh, Diamanten! Ihr wart aber nicht in der Aufnahme. Ich kann mal, haben wir das... In Ernst? Hatten wir das off-screen gemacht, oder? Ne, du warst in der Aufnahme, oder? Ich war in der Aufnahme. Ja. So schnell die es gefunden hat, brauchst du lange nicht mehr, oder? Ne, aber absolut. Und vor allem... Äh, nicht gleich zwölf Stück. Hast du die... Riechst die Glück-Pick-Ex dabei? Nein. Nein. Ich komm nochmal zurück. Immer diese Anfänger. Ja, ich denk... Ich denk... Ich denk dann... Ich glaub, du hast die verloren. Du bist doch im Nether gestorben, mit der Pick-Ex. Aber wir haben doch nochmal andere... Wir haben nochmal Eisen-Glück-Pick-Ex. Ich gucke nach. Hier Glück-Eisen... Ja, Glück-Eins haben wir hier nochmal Eisen-Pick-Ex, ja. So. Okay, da müssen wir... Haben wir noch Büsche hier irgendwo, oder? Ja, wunderbar. Büsche, ja, haben wir noch. Safe. Oh, ich bin schon dabei. Hab erst gefarmt. Ich kann der F3 eigentlich mal ausmachen. Könnt denn sie tun? Fuck. Behutsam, Effizienz, Haltbarkeit. Haltbarkeit, Glück. Die repariere ich jetzt erstmal. F3, kann man vergessen, weil wir haben keine Sticks, Sticks, Sticks. Zack, zack. Zack, 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 zack. Haltbarkeit und Glück. Äh, Haltbarkeit und Glück. Passt zu zwei Level. Zack. Da haben wir sie. Na komm ich lass mal meine Holzaxt hier, die brauchen wir nicht Ma ich hab zwölf Dias gefunden man das ist ja jetzt bisschen gay, ist hier was explodiert kann das sein? Weil der Weg da gerade kaputt war? Der eine da? Ne da hab ich noch so den Grasblock hin gesetzt. Knuck knuck. Können wir schlafen? Achso ja natürlich. Na klar können wir schlafen. Schlaeger. Schlaeger. Weiter gehts. Das Ei was ich noch dabei habe. Kann man das essen? Was ist das? Da kann ein Huhn draus schlüpfen. Weil du irgendwann so wohin wirfst. Wo komm ich denn hierher? Hey. Ich hab meinen Farmgang fast nicht gefunden. Nein. Man hört es nicht. Man hört es einfach nicht. Oh. 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 Lava. Weg mit. Weg mit. Weg mit. sûr das ist aber gut dass ich hier Lava finde weil das ist die Mehrzahl von Lava ganz ganz toll dann bauen wir aber auch mal mit Lack auch Kohle und nicht Lapis, sondern Redstone Richtig Richtig, mein Freund Digga, sind wir so viele Freunde? sind wir nicht? sind wir vielleicht nicht? sagte er enttäuschend ja mal dann halt nicht dann halt ich genau Dig, Disconnect Apropos Disconnect, mir fällt da gerade was auf wir machen das irgendwie nie, wir machen das irgendwie, ja doch wir machen das schon, aber sehr sehr selten wir machen das extrem selten machen sie immer meistens erst immer erst nach Ewigkeiten naja, es gibt auch Tage an denen denke ich sofort dran und mache es dann, also switche ich sofort bevor wir die aufhörmisch werden, aber falls die Zuschauer sich fragen was das eigentlich jedes mal ist, das ist TeamSpeak und wir haben halt keine Lust weil hier noch so viele andere Idioten herkommen haben wir halt keine Lust, dass wir mitten in unserer privaten, beruflichen Mega-Session sind, ja, dass sie dann hier reinkommen und ihr euch die geben müsst mega nett so kann man es auch sagen, ja ja, ne Quatsch ist halt einfach besser für uns generell da hört keiner mit irgendeinem andern Käse wenn ich schlafen wollt, müsst ihr es nur sagen, wa? ist hell ist hell DIAMANTEN sag mal, alter, was, ich nehm heute nicht auf, ich geh Diamanten-Farm ich glaube ich 12, einen Diablock abbauen jawohl 14, noch einen abbauen das war gerade ein Mega-Lag das war eine WhatsApp-Nachricht das war eine WhatsApp-Nachricht das war eine WhatsApp-Nachricht das war eine WhatsApp-Nachricht weil deswegen hat er selber gelegt oder was? ne ne ach, ich geh mal, vielleicht ist es der Franz oder es ist nicht Franz ich hab mein Handy heute weg alter, heute ist auch Handy-Aufnahme-Freier Tag bei mir das ist ja gut und schön wir sind voller erst bei Counter-Strike spielen nicht, dass du da wieder immer wie immer deine Maus gegen das Handy haust ja, ganz ehrlich ich sag jetzt ein paar mal auch so aber zum Glück war da nie irgendwie jetzt Action ja, weil ich kann ich weiß nicht, warum ich nicht mein Handy links hinlege ich hab es halt immer rechts rechts ja, es liegt immer rechts neben der Maus ich kann das irgendwie weil ich hab ja mit meinem meinem Handy mit meinem Fingerabdruck sozusagen gesaved ja und wenn ich dann während dem Zocken oder so an mein Handy will dann muss ich das erst von links in die rechte Hand weil ich den rechten äh, Finger genommen hab welchen sag ich jetzt nicht nicht, dass mir einer mich überfällt mir mein Finger abhackt, alter muss er die ganze Hand nehmen und hat nur vier Versuche und hat nur vier Versuche wiss ja, danach brauchen wir einen Pimpcode wieso vier? sag mal, hat er in der Hand nur vier Finger? ne, wegen fünf so, 80-prozentige Chance hast hast du jetzt das verstanden? jaa 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 na, schade, dass man mit Lack nicht Eisen abbauen kann das wär premium oh, jetzt wird hier wieder warte, hat doch euer Gas gegeben ja, irgendein komisches Moped die sind hier irgendwie voll Marco, oder? ich hoffe mal, das ne, ich hoffe mal nicht, dass sie hier äh mit ihrem Faschingsumzug es ist doch ne, ich glaub heute bei meinem Ellicuff ist Faschingumzug meine Mutter so kommst du auch? weil meine Nische halt in diesem Garnascheiß ist und ich dann direkt so ne ich so, Mutter, auch wenn äh, Nische da so ist und so und wegen ihr ah ah, das ist mein freies Wochenende ich hab da ich geb mir ah ah, sowas geb ich mir auf gar keinen Fall Fasching, Alter, kannst du mich voll knicken ich hasse es ich hab's als Kind schon immer gehasst wenn's gehiesen hat wir gehen auf Fasching uihhh und dann immer diese Kostümscheiße und so ne, jaa nix doch, nix doch nicht mit mir könnt ihr alle allein machen ich werd mal äh ich werd mir meinen Rap-Als-App weg machen sonst macht ihr den Ding, 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 Ding diamante diamante mal haben wir immer die falsche richtung gebuttet oder hat ich weiß es nicht aber ich habe jetzt hier echt extrem gut okay das war nur ein block und das war keine zwei blöcke aber egal ich habe jetzt 20 diamanten also ich werde mir safe meine rüstung bauen also ich glaube wenn ich fertig bin mit hier und du fahren gehst solltest du meinen gang weiter nehmen also könnte ich eigentlich noch mal eine kleine hütte ui 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 pass auf und dann nimmt der tom meinen gang und farmt hier weiter und farmt fünf stunden und findet nicht einen diamanten das kann durchaus passieren ja also elf ist echt eine gute höhe das finde ich nicht gut ich sollte mal aufhören mit der packel in der hand buddeln ich vergesse die immer zu troppen äh zu setzen ja troppen halt doch die falschen was soll ich doch fackeln machen wir müssen schilder wegwerfen oder so was müssen wir wegwerfen die schilder oder so zu viel kacke hier drin ja wir haben noch jede menge schilder auch unten vor der vermeintlich guten monster haben die super gut funktioniert übrigens das war eine aufnahme die voll für den arsch war eigentlich normalerweise hätten wir die wegwerfen können aber egal oh travel nämlich gerne mit poppen wir doch erstmal stein weg oder diamanten was soll ich wegwerfen weiß ich hab mir zugehört was ich habe gesagt oh travel nehme ich gerne mit dann machst du ja meistens weg die diamanten ja genau ja da war gerade der megamonstern weg äh du kannst das wäre vielleicht eine gute idee ähm und wieder mach mal den hallo 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 gib die fackeln nicht auf alter was ist denn los mach mal den scheiß ding aus den armer server ist doch schon hab ich aber nichts an das hast du ja auch gemacht das ist nur der lp server und teamstik an die creeper hallo mein schatz ob es einmal explodiert ist hier scheint auch die sonne rein bei mir es bei euch auch so schönes wetter wie bei mir das ist eigentlich für so ein fasching umzug richtig gut aber nicht für mich alter ist hier kohle alter ist hier eisen in der höhle die farme ich jetzt erst mal aus und ja eigentlich schon mal hier gleich nicht den theorit auch nicht und das granit auch nicht da holt er sich die kohle also das hier die aus und ist sehr unwahrscheinlich aber what the fuck lapis lazuli lapis lazuli hast du immer gesagt ich habe so einiges gesagt ich schwöre dir ich könnte wetten du hast nachts abends zu betten lapis lazuli dd 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 g der hebt die fackel die hier liegt immer noch nicht auf was ist das denn so wird das also hier liegt eine fackel die ich nicht aufheben kann das ist ganz komisch sehr komisch da schmeißen wir das rein das schmeißen wir das rein online online der hat mich fast in die lava gesprung der bastard den eimer wasser tun wir mal hier unten rein komm dass die diamanten in die lava geschmissen scheiß auf das gold erz nein das wurde gerollt